Willkommen zurück bei Little Witch Nobita. Ja, wir haben beim letzten Mal irgendwie nicht den... Warte mal, brauchen wir vielleicht das Ding hier? Nee, glaube ich nicht. Weil wenn ich das Ding ja irgendwo weggeworfen hätte, dann wäre es ja weg und dann könnte ich ja das Rätsel nie wieder lösen. Wir sind beim letzten Mal irgendwie nicht ganz weiter gekommen. Also schon, um einiges weiter. Aber im Sinne von hier hinten, wir haben jetzt das Feuerelement. Ja, schauen wir mal hin. Ja, entscheidend kann ich nur eine Person avisieren. Was ist jetzt hier mit dem Fall? Mal wieder aufhören. Ich meine, ich habe mich jetzt nochmal stärker gemacht. Habe ich mal im letzten Part, am Ende des letzten Partes gesehen. Vielleicht muss ich auch einfach nur stark für den Mut sein, damit ich das Ding unter einem Mal zerstören kann. Glaub ich aber nicht. Du müsst eigentlich noch einer sein. Ich glaube, es war... Ja. Warte mal, ist das da... Oh, nee, das ist das... Nee, das ist nicht der Wanker, ist der Wanker hier, ne? Ja, ich sehe dich schon. Da kommt, glaube ich, noch einer. Ja. 400 Schaden reicht gegebenenfalls. Der kostet kaum Mana. Tatsächlich. Der Feuerspruch. Ich meine, das Praktische ist halt, ich kann ihn tatsächlich unendlich farmen, natürlich. Okay. Ich kann ihn auch nicht anbe... Oh, warte mal. Ah, Feuerschläge. Oh, Mann, ey. Ich bin auch echt... Na gut, mein unendliches Farming ist vorbei. Weiter geht's. Will ich hier runter? Again, will ich hier runter? Eigentlich ja, ne? Kupfer-Nugget. Okay. Okay. Oh, Gott, da ist eine Mädel. Schaut gar nicht voraus. Oh, wo warst du denn? Ich dachte, ich hätte dich... Da ist natürlich nur auf nahe Entfernung gut, aber... Ich hau mir da schon echt gut selbst Leben mit. Was war das? Ey, so ein Fehl. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Das waren fiese neue Attacken. Das war ein fiese neuer Attacken. Ich nicht könne. Ich mein, selbst auf Range. Das ist... Das ist hier Shotgun ein wenig stark. Minu... 9800 Schaden! Die Lava hat's aber in sich. Die Lava hat's aber in... Ich muss... Ich verlaufe mich hier gerade, dass mir irgendwas komisch hier ist. Jetzt muss ich nicht hier weiter. Noch ein neuer Gang. Bin ich hier richtig? Hier ist schon wieder so ein... Ich glaub, ich bin hier richtig. Dann lass mich den Raum noch klären, weil vielleicht sind da noch irgendwelche... Magien versteckt. Irgendwelche Erweiterungen. Oh shit. Ich seh jetzt erst, dass Pyro doch echt gut Mana zieht, wa? Ach, sch... Oh, er rutscht ja echt richtig mal da unten. Gibt mir blau Mana. Hier oben war ich eben, ne? Und da bin ich... Hier links geht's jetzt runter, richtig? Ja. Dann hab ich wenigstens wieder den Weg, quasi, ähm... Hier is my first ad. Ich wollte das Spiel noch komplett ohne Tod durchspielen. Aber hey, wer mich und Abgründe kennt, weiß, dass dies passieren musste. Ja, jetzt ist das Schade, ne Göttin. Du fühlst dich im Arsch der Welt, oder was? Oder wo? Ja, das ist ja richtig am Arsch der Welt. Bist du wieder wach? Das ist ja, also... Am Arsch der Welt ist ja gar kein Ausdruck. Hab ich irgendwo einen übersehen? Kann das sein? Ich hab einen übersehen, ne? Bin mir doch sehr sicher, dass ich einen über... ...übersehen hab. Falsch. Sag mir nicht, ich muss das Siegel nochmal lösen. Ich mein, ich weiß jetzt, wie es geht, dementsprechend ist es nicht schwer, aber... Also, Gegner wieder da, ja, ne? Ah, jetzt ist es keine Ausdruck mehr. Sehr unpraktisch. Sehr Zeit, nochmal. Apropos, wie viele Seelen... Oh, ich hab meine Seelen übrigens nicht verloren. Oder meine... Weiß ich nicht, wie auch immer man das nennen soll. Ich wollte halt eigentlich ganz cool sein. Und abkürzen. Und abkürzen. Also, ich will den Weg natürlich wieder durchkämpfen. Also, durchkämpfen ist gut. Oh, das war diese böse Attacke, die ich eben... Ach, scheiß nicht. Oha. Ja, komm, spein nochmal Lava. Ich geh da jetzt nicht. Dankeschön. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo ich eigentlich gerade... Ich hab mich gerade ein bisschen... Verlaufen ist vielleicht zu viel gesagt. Oh. Ich hab's wieder gesprochen. Also, diese Truhen sind echt... Teilweise echt unnötig. Oh, Gott. Komm. Ich muss gerade tatsächlich überlegen, wo ich eigentlich gerade hin will... Muss. Ich hab's in einem Feuer. Stirb. Das sind wir eigentlich auch in irgendeiner Art und Weise. Ich suche den Weg, den ich eben gegangen bin. Verdammt, wo ist der? Das ist er nicht. Scheiße. Hier. Ja, ja, ja. Ich glaub, hier ist er. Okay. Lucky me. Ist er nicht. Ist er doch. Wo bist du jetzt her? Ja doch, das könnte... Oder? Ja doch. Doch, 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 doch. Ich glaub schon. Das könnte richtig sein. Was war hier, ne? Ich mein hier runter. Oder eben hier hoch. Maybe. Wenn man jetzt hier rechts um die Ecke geht und dann links um die Ecke geht und dann... ...wieder rechts um die Ecke geht. Ja, okay. Ja, 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 dankeschön. Nochmal. Hab ich nicht irgendwo eine scheiß Statue übersehen? Ich muss noch irgendwo eine scheiß Statue übersehen. Das Gefühl, ich weiß genau, was kommen wird. Eigentlich hätte ich dafür gerne irgendwie vorher eine Startung. Aber interessiert euch nicht, ne? Na gut. Dann wollen wir mal. Ich kann mir ja nicht mehr vorstellen, dass tatsächlich mit dem Controller zu spielen muss. Das ist geschehen. Mit dem Controller wäre das, glaub ich, echt abfuck. Ich will das lassen. Noch einer? Noch einer? Noch einer? Lass mich raten, ich hätte hier Zu den Seiten hätte ich mich Hätte da hochgekommen Ich hätte da mit Sicherheit hochgekommen Ich würde aber, bevor ich das gerne teste Und probiere und überhaupt Hätte ich gerne eine Vermaledeite Statue Weil ansonsten falle ich gleich nur wieder in die Labe Dann bin ich tot Ne, es ist hier ein Bosskampf oder so Ne, das ist eine Statue Das ist so So Okay Jetzt ist die Frage, ob ich das tatsächlich einmal teste Oh, der Weg ist so weit Für was? Für zwei Bücher? Für irgendeine Truhe, wo wieder nichts drin ist? Eigentlich lohnt es sich ja nicht Ich nehme an, dass hier der Boss Ha! Juhu 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 Trau dich Ja Ja Wie, nur so wenig? Komm Hüah Wird sein, das ist der nächste Boss, oder? Kann ich den schon so töten? Das ist witzig, ne? Ciao Was? Ciao 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 Ciao, hoho, hoho, homa, ciao, hoho. Du, 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 du? Krab? Siehst du noch jemanden? Sie wurden auf die Schiffeылag und sie wurden auf die Niche, wo es sich die alguém bespricht. Sie wurden aus dem Ring-S کہten Sie aus. Sie wurden aus der Niche, ich bin aus dem Ring-Sperre. Ich würde sagen, wir greifen die Mitte, äh, das glühende Herz an. Okay. Ich bin dabei. Spielen wir. Und zwar... Ich habe gerade, ich bin, ich hänge fest an. Fuck. Was ist jetzt passiert? Cool. Haha, ich bin hochgesprungen. Haha, ich bin hochgesprungen. Au. Okay. Oh nein, 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 ich glaube. Was warst du jetzt? Okay. Ich bin nicht schnell genug rausgekommen. You dirty bitch. Monika? Ich glaube, wir müssen reden. Did you seriously? Das ist jetzt mein erster, naja, wirklich offizieller Tod. Also ja, ich bin schon mal gestorben, ich weiß, aber das war einfach nur, weil ich ein Parcours gesuckt habe. Das jetzt gerade war der erste Tod im Kampf. Was ist jetzt... Was ist jetzt? Das war jetzt irgendwie... Das war nicht nett. Das geht jetzt. Das war's für mich jetzt quasi der Charakter. Ich weiß halt nicht was, also... So wirklich Feuer aufzubauen, muss ich meiner Meinung nach gar nicht. Ich kann nicht so schnell zweimal hintereinander. Ich muss auf jeden Fall in der Mitte bleiben. Weil ansonsten... Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Tu's nicht. Mann, 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 Monika! Komm runter da! Soll ich dein Teddybär nach draußen bringen, da wo der Wind weht? Ähm... Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ehm... Monika? Moni... Moni... Monika? Ehm... Monika? Ehm... Oh... Oh, wow. Ähm... Okay. Okay. Wie stellst du dir das genau vor? Ähm... Okay. Wie stellst du dir das genau vor? Kürzeln... Und du bist mir nicht mehr? Ich will das nicht mehr aufhören. Das ist nicht nett! Und du machst auch immer noch alles weiter kaputt. Ähm... Geil! Das zieht nicht so viel ab, wie ich gehofft habe. Das ist nicht genau, wie ich dem ausweichen soll. Ich komme da auch gar nicht mehr rüber, oder? Ähm. Wie genau habt ihr euch das vorgestellt? Aha. Euch ist aber auch klar... Huh. So Bärchen hin oder her, also ich nehme an, dass ich Phase 1 jetzt auch nochmal... Oh shit. Ich habe mich vergessen. Ich habe schon mal geklappt. Ich habe auch schon mal geklappt. Es ist nicht das für mich. Ich habe auch schon mal geklappt. Ich habe auch schon mal geklappt. Aber... Ich meine, der Eisbär-Typ, der Bär-Typ, ja, den kann ich jetzt auch so besiegen. Das wird schon klappen. Ich muss nur auffassen, dass ich halt in der Mitte bleibe und so. Oh, der vermeint! Ich muss die Phase nicht nochmal machen. Das Schöne ist, ihr kommt. Ich weiß nicht, wie ich daraus entkommen soll. Ah, jetzt weiß ich, was ich falsch mache. Ja, jetzt weiß ich, was ich falsch mache. Scheiße. Oh, das war nicht nett. Monika! What are you doing, Monika? Ich meine, ähm... Erstens, warum ist der Weg so lang? In Anführungsstrichen so lang. Ich meine, in Dark Souls gibt es viel schlimmere Wege. Es ist auch sehr nett, dass sie uns nicht die erste Phase immer, 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 immer wieder neu machen lassen. Das ist schon durchaus richtig. Ähm... Ach, jedes Mal vergesse ich dich, ne? Oh, das war... Du magst sterben. Nein? Okay. Also, Kopftreffen. Kopftreffen habe ich schon mal jetzt gelernt. Also, das ist nicht gelernt, das ist falsch. Ich habe es nicht gelernt, aber, ähm... Okay. Also. Kopftreffen. Gucken wir mal. Direkt mal Verteidigungserhöhe und das Ding aus. Das Problem ist, das verbraucht halt unfassbar viel Mana. Ich... Ich drücke Dodge und es bringt einfach nichts. Guck mal hier an die Seite. Guck mal hier an die Seite. Nicht jetzt rumschubsen. Nein, nicht rumschubsen. Dich, ne? Komm wieder auf die Seite. Komm hier hin. Weg hier. Das war nämlich mein Fehler. Die zielt ja auf mich. Nein, nicht schubsen. Einfach weiter drauf schießen. Was? Durch die Kopftreche? Das ist jetzt ein Problem. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, komm schon. Was soll das? Trink. Nein, nein, nicht tot. Das mit dem Schubsen ist doch nicht ernst. Ich meine, jetzt hätte ich... Okay, one last time. One last time. Oh, nein. Machen wir im nächsten Part. Bis dahin. Viel Spaß mit Videos. Euer Hiti.